Starship 37 zündet erstmals direkt auf dem Starttisch. Improvisation oder Meilenstein? Die deutsche Raumfahrt trifft sich auf Wacken. Softwarepanne, weltweiter Ausfall bei Starlink. Australiens großer Moment endet im Feuerball. Gilmore Space-Rakete scheitert Sekunden nach dem Start. Crew Elf erfolgreich auf dem Weg zur ISS. Letzte Landung auf LZ-1 in Cape Canaveral. NASA und ISRO starten mit NISA, die teuerste gemeinsame Mission. China prüft Standorte für erste Mondstationen. Wettlauf um Ressourcen beginnt. Legende gestorben, Tom Lehrer ist tot. Seine beißende Persiflage auf Werner von Braun, die wird bleiben. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Die Wacken-Sonderausgabe anschnallen. Es wird feurig. Es wird endlich wieder heiß. SpaceX zeigt erneut, wie flexibel und unkonventionell das Starship-Programm agieren kann. Diese Woche testete SpaceX erstmals eine Starship-Oberstufe direkt auf dem orbitalen Starttisch in der Starbase. Möglich machte das ein einmaliger Testaufbau. Statt der üblichen Halteklammern kam ein in wenigen Wochen gebauter Adapter zum Einsatz. Der von der Community liebevolle Starstool getaufte Adapter, der Chip 37 sicher auf dem Launch Mount fixiert. Außerdem hat man das Betankungssystem massiv erweitert, um die Oberstufe auch an dieser ungewöhnlichen Position mit Treibstoffleitungen zu erreichen. Der erste Static-Fire-Versuch am 30. Juli scheiterte noch vor der Zündung. Der Countdown wurde aus nicht näher bekannten Gründen abgebrochen. Doch schon einen Tag später, am Donnerstag, da zündete SpaceX erfolgreich einen einzelnen Sea-Level-Raptor. SpaceX bestätigte um 4.20 Uhr Ortszeit, dass es der kurze Test für ein orbitales Bremsmanöver war. Für diese Triebwerkszündung dann später im Orbit wird ein Meereshöhen-Triebwerk verwendet, da nur diese über eine Schubvektorsteuerung verfügen. Ein technisch wie symbolisch wichtiger Schritt noch nie zuvor war ein Starship auf dem Orbited Launch Mount gezündet worden. Noch einmal zur Erinnerung, der Grund für dieses ungewöhnliche Setup, der eigentliche Starship-Teststand, beziehungsweise die Infrastruktur für diese Oberstufenfeuertests in der Masseys-Testanlage, die ist nach der ungeplanten Explosion von Chip 36 bei einem Test im Juni außer Betrieb. Solange die Reparatur läuft, überbrückt SpaceX mit der Hands-on-Bastellösung. Es blieb aber nicht der einzige feurige Test in dieser ungewöhnlichen Position. Chip 37 absolvierte dann am Freitag einen 10-Sekunden-Long-Duration-Static-Fire mit allen sechs Raptoren. Auch dieser Test, der ging über die gesamte geplante Dauer und so kann davon ausgegangen werden, dass es der letzte große Test von Chip 37 alleine war und als nächstes dann die Vorbereitung für Tests der gesamten Rakete uns erwarten. Vorher wird Chip 37 aber in der Montagehalle seine letzte Flugtauglichkeit erhalten. Die mobile Transportplattform für den Heimweg zum Bauplatz, die hat den Startplatz bereits erreicht. Der Abbau der temporären Testplattform und die Wiederertüchtigung des Starttischs für die Boosterversorgung, die könnten bei SpaceX-Geschwindigkeit noch Mitte August abgeschlossen sein. Das wird aktuell ja noch als möglicher Starttermin gehandelt. Ich würde jetzt mal eher von Ende August ausgehen. Starship Flight 10 dann mit Chip 37 als Oberstufe und Booster 16 als Erststufenbooster. Das Ziel von Flug 10, ein erfolgreicher Wiedereintritt und das Sammeln von Flugdaten. Das Flugprofil ist noch nicht öffentlich, aber da dieser Testmeilenstein für ein Chip in Design Version 2 ja noch nicht erreicht wurde, voraussichtlich dann identisches Flugprofil zu Flug 7, 8 und 9. Die endeten ja alle deutlich früher als die Flüge 4 bis 6. Mit Flug 4 am 6. Juni 2024 war ja SpaceX erstmals die weiche Landung einer Starship-Oberstufe während eines vollintegrierten Testflugs gelungen. Starship ist für die weiteren Pläne von SpaceX ja enorm wichtig, besonders auch für das Satelliteninternet Starlink. Die neuen Satelliten der Konstellation, die können ja wegen ihrer Größe und Masse ausschließlich mit Starship gestartet werden. Bemerkenswerter Vorfall jetzt. Erstmals seit dem kommerziellen Start des Starlink-Dienstes vor fast 5 Jahren kam es am Donnerstag zu einem weltweiten Netzausfall. Nutzer sollen für etwa 2,5 Stunden vom Internet getrennt gewesen sein. Der SpaceX-Manager Michael Nichols und der Firmenchef Elon Musk, die entschuldigten sich öffentlich und versprachen eine gründliche Analyse, um ähnliche Vorfälle künftig zu vermeiden. Der Ausfall traf Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Mit knapp 8.000 Satelliten und mehr als 6 Millionen Kunden ist Starlink das größte Satelliteninternet der Welt. Wer kennt's nicht? Du landest am Flughafen, willst nur kurz den Fahrer kontaktieren oder dein Hotel finden, aber du hast kein Netz. Roaming ist zu teuer, lokale SIM-Karten-Shops überfüllt oder schwer zu finden. Ohne Handy-Navi, ne? Genau, hier kommt Salient-Spiel. Die smarte eSIM-Lösung für stressfreies mobiles Internet auf Reisen. Ich habe Salie bei meinem letzten Trip durch Südostasien genutzt und das war ein echter Gamechanger. Noch vor der Abreise habe ich über die Salie-App mein Datenpaket für Indonesien gebucht, die eSIM installiert und vor Abflug aktiviert. Kaum gelandet war ich online, ganz ohne Schlange stehen oder unseriöse Straßenhändler. Mit Salie reist du clever, du sparst dir nicht nur die Suche nach lokalen Anbietern, sondern auch die hohen Roaming-Gebühren. Alle Datenpakete sind mit iOS und Android kompatibel und der Support ist rund um die Uhr erreichbar. Und falls dein Gerät nicht eSIM-fähig ist, bekommst du dein Geld zurück. Wenn du auch direkt nach der Landung online sein willst, sichere dir jetzt 15% Rabatt mit meinem Code senkrechtstarter oder unter salie.com slash senkrechtstarter. Und das Beste, die eSIM wird nur einmal installiert und kann dann flexibel für über 200 Reiseziele genutzt werden. Egal, ob du eine Weltreise planst oder einfach spontan unterwegs bist. Mit einem Klick bist du verbunden, zuverlässig, sicher und ganz ohne WLAN-Jagd. Reise smart statt hart, hol dir dein Salie-Datenpaket und spar 15% mit dem Code senkrechtstarter. Bevor wir zu den Starts der vergangenen Woche kommen, einer der wichtigsten Starts in bald 6 Jahren senkrechtstarter, die NATS-Rakete. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, ist es auf den Tag genau. Drei Jahre her, seit wir das erste von Nathalie geschnittene Video auf senkrechtstarter veröffentlicht haben. Über 200 Videos hat sie seitdem für senkrechtstarter geschnitten. Vielen, vielen Dank, Nathalie, für die drei wunderbaren Jahre. Deinen Einsatz für die Raumfahrt, für senkrechtstarter, für deine Hilfe und dein Verständnis für den YouTuber in all seinen Lebensphasen. Vor allem aber Dank für deine Freundschaft. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ad Astra. Orbitalraketen gab es diese Woche aber natürlich auch. Am vergangenen Dienstag, den 29. Juli, da startete iSpace vom Jingquan Satellitenstartcenter einer Hyperbola 1 mit einem Erdbeobachtungssatelliten Kungpeng 03. Am Mittwoch, 30. Juli, da hob Gilmore Space Technologies mit ihrer ERIS-Rakete vom Bone Orbiter Spaceport in Australien ab. Das war der erste Testflug einer Orbitalrakete eines australischen Anbieters. Doch der erste Orbitalstartversuch des privaten Unternehmens Gilmore Space endete nur Sekunden nach dem Start. Die 25 Meter hohe ERIS-Rakete, bestückt mit vier Sirius-Hybrid-Triebwerken in der ersten Stufe, hob am Mittwochmorgen Ortszeit vom Bone Orbiter Spaceport ab, verlor aber bereits nach wenigen Sekunden eines ihrer Triebwerke. Die Folge ein spektakulärer Seitwärtsflug und dann der sehr unsanfte Absturz neben der Startrampe. CEO Adam Gilmore wertet den Flug dennoch als Erfolg. Er habe nie mit einer vollständigen Mission gerechnet, sondern eher auf maximal 40 Sekunden gehofft. Mit Blick auf die nächsten Schritte will das Unternehmen Erkenntnisse aus dem Triebwerksversagen ziehen und setzt beim zweiten ERIS-Flug, der dann 2026 geplant hat, sicherlich, auf eine überarbeitete Teststrategie. Erfolgreicher startete am 30. Juli SpaceX vom SEC 40 in Cape Canaveral. Das war eine Falcon 9, an Bord waren Starlings. Am selben Tag, 30. Juli, brachte das staatliche CASC mit einer langen Marsch 8A die sechste Gruppe von SatNet-Leo-Satelliten von Nuencheng aus in den Orbit. Das ist ja Chinas Megakonstellation, die nimmt jetzt Form an. Ebenfalls am 30. Juli gab es einen Raketenstart in Indien. Eine GSLV Mark II der indischen ISRO, die startete vom Satish Dwaran Space Center. Damit hat die indische Raumfahrtbehörde erfolgreich den Satelliten NISA ins All gebracht. NISA ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der NASA im Wert von 1,5 Milliarden Dollar. Der Name NISA steht für NASA ISRO Synthetic Arbitur Radar. Der Satellit kombiniert erstmal zwei Radarsysteme im L- und S-Band auf einer Plattform und kann so Veränderungen der Erdbehoberfläche auch bei Nacht und durch Wolken hindurch in hoher Auflösung beobachten. NISA umkreist die Erde in 747 Kilometern Höhe in einem sonnensynchronen Orbit und erfasst alle zwölf Tage die gesamte Land- und Eisoberfläche. Die NASA steuert ein L-Bandradar zur Messung von Bodenbewegung und Vegetation bei, während die ISRO ein S-Bandsystem für landwirtschaftliche und urbane Strukturen lieferte. Das Projekt markiert die bisher größte und teuerste Erdbeobachtungskooperation der beiden Raumfahrtagenturen und könnte ein Modell für künftige gemeinsame Missionen wie im Artemis-Programm sein. Am Donnerstag, 31. Juli, startete eine chinesische Kuaizhou-1A-Rakete von X-Space. An Bord war PRSC-S1. Das ist ein in China gebauter Erdbeobachtungssatellit für Pakistan. Am 31. Juli schickte SpaceX von Vandenberg eine weitere Falcon 9 mit Starlings ins All. Ja, und den Wochenabschluss bildete am Freitag, 1. August. Der Crew-11 startet der NASA, gestartet dann mit SpaceX. Der Falcon 9 hob vom Launch-Komplex 39A in Florida ab und brachte vier Astronauten zur ISS. Der Booster B-1094, der landete auf der Landezone 1 in Cape Canaveral. Ganz interessant, es ist die letzte Landung auf diesem Landeplatz. Die Pacht für den Landeplatz auf dem ehemaligen Launch-Komplex 13, die endete eigentlich schon im Juli. Das Gelände geht nun an Vaya Space und Phantom Space über. SpaceX plant künftig neue Landezonen direkt im Launch-Komplex 39A und im Space-Launch-Komplex 40 in der Cape Canaveral Spacefall Station. Bis diese Landezonen betriebsbereit sind, bleibt Landezone 2 als Ausweichlösung im Einsatz. Die Crew-11 dockte am Samstagmorgen erfolgreich an der ISS an und wird planmäßig ein halbes Jahr zur ISS-Langzeitbesatzung gehören. Crew-11 absolvierte das bislang schnellste Rendezvous der Crew Dragon bisher. Die Reise vom Pet 39A zur ISS dauerte 14 Stunden, 43 Minuten und 10 Sekunden. In Virginia entsteht großes Rocket Lab, steht kurz vor der Eröffnung von Launch-Komplex 3, dem zukünftigen Startplatz für die hauseigene Neutron-Rakete. Die erste Rakete von Rocket Lab, die von Anfang an auf Wiederverwendung optimiert wurde. Im Gegensatz zur Falcon 9 bringt sie ihre Nutzlastverkleidung ja nach dem Aussetzen der zweiten Stufe sogar mit nach Hause. Die Startanlage jetzt, die nimmt klar Formen an, inklusive massiver Bodeninfrastruktur und fertiger Startplattformen. Derzeit läuft die sogenannte Pad-Activation, bei der alle Systeme einzeln getestet und auf den späteren Betrieb vorbereitet werden. Soweit die Flughardware eintrifft, beginnt die finale Vorbereitung für den Erstflug. Rocket Lab bisher mit der Elektron ja nur im Kleinsträgermarkt unterwegs, will mit der Nutzon einen neuen Markt erobern. Mittelgroße Trägerraketen mit geplanter Wiederverwendbarkeit, ideal für kommerzielle Konstellationen und Regierungsaufträge. Ja, und damit auch von der Nutzlast in direkter Konkurrenz zur Falcon 9 von SpaceX und Vulcan von ULA. Mit dem neuen Startplatz an der US-Ostküste zeigt das Unternehmen, wir sind bereit für die nächste Liga im Trägerraketenmarkt. Und bei der NASA im Artemis-Programm gibt es gerade eine kleine Premiere im legendären Vehicle Assembly Building am Kennedy Space Center. Da entstehen gerade zwei SLS-Mondraketen gleichzeitig. Während die SLS-Rakete für den ersten Crewflug Artemis II so gut wie vollständig ist, beginnt nun die Montage der Rakete für die erste Crew-Landung im Artemis-Programm. Für die von der NASA geplante Artemis III-Mission, die Menschen zurück auf den Mond bringen soll, wurde nun das erste große Bauteil angeliefert, das sogenannte Boat Tail, also der untere Teil der Rakete, der die Triebwerkssektion einhaust. Heißt also, während man Artemis II für den Start vorbereitet, wird schon parallel die nächste Rakete für Artemis III geliefert. Die NASA spricht von einem Mondraketen-Doppelpack. Im gigantischen WEB, da wurde und wird nicht nur das SLS zur vollen Größe zusammengebaut. Auch alle Space Shuttles wurden hier final integriert und natürlich die legendäre Saturn V-Rakete für ihre Flüge zum Mond. Ich liebe alle Orbitalraketen, aber die Saturn V, die wird wohl für immer meine Lieblingsrakete bleiben. Apropos Saturn V, vermutlich einer der bekanntesten Raketenentwickler der Geschichte ist Werner von Braun. Er war SS-Sturmbandführer, müssen wir nicht darüber diskutieren, ob der Nazi war. Das wusste auch das US-Militär, dem waren aber die Raketen wichtiger. Dass von Brauns traurige Vergangenheit auch noch zur Zeit des Apollo-Programms wohl bekannt war, das persifliert großartig Tom Lehrer. Der legendäre Satiriker und Mathematiker Tom Lehrer, der ist diese Woche im Alter von 97 Jahren verstorben. Da er 2020 sein komplettes Werk für gemeinfrei erklärt hat, können wir seinen Song über Werner von Braun hier in voller Länge wiedergeben. Gather round while I sing you a Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmatze, says Werner von Braun. Don't say that he's hypocritical, say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Some have harsh words for this man of renown, but some think our attitude should be one of gratitude. Like the widows and cripples in old London town, who owe their large pensions to Werner von Braun. You too may be a big hero, once you've learned to count backwards to zero. In German oder Englisch, I know how to count down. And I'm learning Chinese, says Werner von Braun. Und dass der Opportunist von Braun wohl auch Chinesisch gelernt hätte, wie Lehrer am Ende seines Songs singt, bringt uns nach China. Das staatliche Mondprogramm, das hat als eines der wichtigsten Ziele die Landung eines Chinesen auf dem Mond noch vor 2030 ausgegeben. Bisher habe ich noch keine Stimme gehört, die anzweifelt, dass China das auch schaffen wird. Ein chinesisches Forschungsteam unter Leitung des Instituts für Geologie und Geophysik der Akademie der Wissenschaft hat ein innovatives Bewertungsmodell für den Bau von Mondstationen entwickelt. Im Gegensatz zu bisherigen Mondmissionen, die sich auf Sicherheitsaspekte und Kommunikationsmöglichkeiten konzentrierten, bezieht das neue Modell auch geologische Gegebenheiten, Langzeit, Überlebensbedingungen und die Nutzung lokaler Ressourcen ein. Besonders geeignet nach diesem Modell für Forschungsstationen sind Regionen nahe dem Äquator und bestimmte Polarbereiche. Für Rohstoffgewinnung, etwa von Titan, Thorium und Uran, erscheinen vor allem die beiden großen Mondmare vielversprechend, und zwar der Ozean der Stürme und südliche Bereiche des Mare-Embrium. Ja, der Wettlauf um die Rohstoffe des Monds, der hat definitiv begonnen. Das nächste große Weltraumteleskop der NASA ist kurz davor, einen Vorgeschmack auf den Weltraum zu bekommen. Das Nancy Grace Roman Space Telescope, das hat einen entscheidenden Ausrüstungsmeilenstein erreicht. In den NASA-Integrationshallen, da wurde das Instrumentensegment mit zwei riesigen Sonnenabschirmungen versehen. Die sind über 2x2 Meter groß. Diese Panels, gebaut aus Aluminium-Sandwiches mit Honigwabenkern, schützen die hochsensiblen Infrarot-Instrumente vor Sonnenhitze und Streulicht. Ja, die Infrarot-Astronomie, die ermöglicht es ja, durch Staub in die Tiefen des Universums zu schauen. Im Gegensatz zu James Webb soll Nancy Grace Roman nicht nur tief ins All schauen, sondern mit viel größerem Weitwinkel einen Gesamteindruck von interessanten Regionen liefern. Wie das James Webb wird Nancy Grace Roman in dessen Nachbarschaft am Sonne Erde Lagrange 2 positioniert. Die Sonnenschilde sind das erste System, das Roman nach dem Start ausklappt. Nach einem 70-tägigen Vakuum-Test da folgt im Herbst dann die Endmontage der beiden Hauptsegmente. Der Start mit der Falcon Heavy ist dann spätestens für Mai 2027 angesetzt. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt, hier heute von Wacken. Ich war diese Woche das erste Mal auf Wacken im Space Camp. Alexander Gerst war da, Amelie Schönenwald war da, Rabia Rogge und viele, viele, viele mehr. Mit Death Metal 5 Ways to Die in Space, da habe ich einen Vortrag darüber gehalten, was uns da oben alles easy umbringen kann und wie wir diesen Gefahren mit gutem Engineering begegnen. Rabia und Amelie übrigens beides ausgesprochene Metal-Hats, mit denen man sehr, sehr gut über ein Rock-Festival gehen kann. Mit Rabia, der ersten deutschen Frau im All, da habe ich nicht nur auf Wacken einen öffentlichen Talk gemacht, sondern auch einen ganzen Tag in Berlin gesprochen. Mein Interview mit ihr, das lege ich euch sehr, sehr ans Herzen. Tolle Frau, tolle Mission. Ja, das Video, das findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, an dieser Stelle geht nochmal eine Entschuldigung an die Schutzengel raus. Da ich bis Freitag spätabends auf Wacken war, gab es diese Woche das Vorab-News-Video deutlich später als sonst. An alle Schutzengel hier ein riesen Dankeschön für eure Unterstützung, hier wirklich aktiv mit den deutschen Sprachen für Raumfahrt zu begeistern. Ja, wenn auch du dazu beitragen möchtest, Raumfahrt im deutschsprachigen Raum weiter voranzubringen, unter dem Video findest du auch einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Als kleines Extra gibt es dann ja alle Videos Farbe und komplett werbefrei. Wir kommen zu den Starts der kommenden Woche. Blue Origin startet vorauslich heute, also wenn die News am Sonntag am 3. August erscheinen. Und zwar um 14.30 Uhr MES-Z und dann der New Shepard mit der Mission NS34, die 14. Blue Origin-Mission mit Crew. SpaceX bringt am Montag, 4. August, mit nach Falcon 9 vom SLC-40 in Cape Canaveral neue Starlings ins All. Jedenfalls am Montag, da startet China und zwar eine lange Marsch 12 vom kommerziellen Launch-Komplex 2 in Wincheng mit einer neuen Gruppe der nationalen SatNet-Leo-Satelliten. Rocket Lab zündet am Dienstag, den 5. August, eine Elektron mit der Mission The Harvest Goddess Thrives von der Mahir-Halbinsel in Neuseeland. Noch am selben Tag bringt SpaceX mit einer Falcon 9 weitere Starlings ins All, diesmal von Vandenberg. Am Donnerstag, 7. August, erneut Falcon 9 von SpaceX mit Internet-Satelliten, aber für den Konkurrenten Amazon. Vom SLC-40 in Cape Canaveral wird dann mit KF-02 die zweite Ladung Satelliten für Amazon Kuiper-Projekt gestartet. Fun Fact, SpaceX war ja der einzige Startanbieter, der nicht von Amazon gebucht wurde und hat bisher alle Kuiper-Satelliten gestartet. Ja und zum Wochenabschluss, Sonntag, 10. August, da startet erneut eine Falcon 9 von SpaceX, diesmal für das Haus eigener Starlink. Für deine nächste Reise, ob Backpacking oder Business, denk an Salee unter salee.com slash senkrechtstarter oder mit dem Code senkrechtstarter bekommst du 15% Rabatt auf dein erstes Datenpaket. Findest du auch in der Beschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen, wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, guter Zeitpunkt für ein Abo. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Immer schön senkrecht bleiben, dein Mau. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.